Herzlich Willkommen zu einem neuen Video der Avanat. Heute geht es darum, wie Sie mit Dynamics 365 Supply Chain Management und dem darin integrierten Lagerverwaltungssystem Ihre Lagerarbeit flexibel orchestrieren, Ihren Mitarbeitern effizient zuweisen und aus den Daten einen Mehrwert gewinnen können. Integriert bedeutet, dass das Lagerverwaltungssystem ein essentieller Teil unseres ERPs ist. Mit diesem können Sie all Ihre Abteilungen von Einkauf über Verkauf, Produktion bis hin zur Finanzbuchhaltung abbilden und entsprechend digital unterstützen. Die Integration findet dabei auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen statt. So können wir auf Produktinformationen zugreifen, um z.B. Regeln für Handling oder auch Lagerung Ihrer Artikel abzuleiten. So kann ein Gefahrgut z.B. anders gehandhabt werden als ein sperriges Langgut. Genauso helfen uns die Daten aus Einkauf und Verkauf, um unsere Lagerarbeiten abzuleiten und zu gestalten. So können abhängig vom Lieferanten z.B. Qualitätsarbeiten anfallen oder abhängig vom Auftragstyp und Kunden Prioritäten im Warenausgang herrschen. Durch die Information aus der Produktion können wir sicherstellen, dass wir fristgerecht Materialien zur Ressource bringen, weder zu früh um Platz zu verschwenden noch zu spät, um entsprechende Produktionsaufträge zu verzögern und gleichermaßen dann auch das Halb- oder Fertigprodukt wieder einzulagern. Die Transportverwaltung hilft unseren Kunden in zweierlei Hinsicht. So können wir zum einen die intern arbeiten, Kommissionierarbeiten z.B. terminieren, sodass sie pünktlich an der Laderampe enden und zum anderen können wir dadurch eine komplexe Fracht- und Lieferplanung aufbauen, entweder mit eigenen oder mit fremden LKWs. Die Finanzbuchhaltung hält dabei stets im Hintergrund Mengen- und Werteströme synchron. Auf Basis dieser umfassenden Informationen parametrisieren wir dann gemeinsam Ihr Regelwerk, wie Ihr Lager funktioniert. Dieses lebendige Regelwerk hat dann zur Folge, dass Arbeiten generiert werden, die von Mitarbeitern oder einem automatisierten Lagersystem abgearbeitet werden. Der Mitarbeiter selbst nutzt dabei das moderne Scanner-Interface, welches entweder ihm die komplett selbstgelenkte Arbeit ermöglicht oder ihm stringent vorgibt, was er zu tun hat. Diese Zuweisung der Arbeiten kann dabei berücksichtigen, ob ein Mitarbeiter im Handlager unterwegs ist oder ob er auf dem Flurförderfahrzeug gerade Paletten transportieren kann. Die Oberfläche schafft dabei den Spagat zwischen ganz einfacher intuitiver Benutzung ohne große Schulungsaufwände und der Informationsfülle, die nötig ist, um Ihre Geschäftsprozesse abzubilden. Durch das papierlose Arbeiten gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihr Lager. So können Sie durch die Integrierte Business Intelligence-Lösung auf Einblick sehen, welche Artikel im Wareneingang überdurchschnittlich viel Arbeit verursachen oder auch wo häufige Pick-Vorgänge an ungünstigen Lagerorten stattfinden. Das Ganze können Sie nutzen, um in die Kommunikation mit Lieferanten zu treten oder um Ihre Lagerplätze neu zu organisieren. Wir als Avanade sind dabei der richtige Ansprechpartner für Ihr Dynamics 365-Projekt. Wir kombinieren die technologische Expertise einer Microsoft mit der unternehmensberaterischen Kompetenz von Accenture, um unser gemeinsames Projekt zum Erfolg zu führen. Sollte Ihr Interesse geweckt sein und Sie wollen die Lagerverwaltung einmal live sehen, so schauen Sie in unserem nächsten Webinar der Manufacturing-Webinar-Reihe vorbei. Wir freuen uns auf Sie!